Hallo meine Freunde und willkommen zu einem weiteren Informationsvideo. Diesmal geht es um Livestreams. Und zwar wird es jetzt wieder so ein bisschen vermehrt Livestreams geben. Sowohl auf Twitch, also hauptsächlich auf Twitch, aber es wird auch mehr Livestreams auf YouTube geben. Unter anderem werde ich, ich weiß nicht ob ich es morgen machen werde, wahrscheinlich bekomme ich bis dann gar nicht dazu. Ich sag mal so Montag, Dienstag und den Dreh fange ich auch wieder, also werde ich auch wieder bei Twitch dann die neuen Folgen für Euro Truck Simulator streamen und aufnehmen. Dasselbe gilt dann in der Woche dann auch für American Truck Simulator Shuffle 2 und 3. Beendete Livestreams, also sowohl von Twitch als auch von YouTube, werde ich dann nochmal separat auf SeidenspinnerTV hochladen, veröffentlichen, dass ihr jetzt gerade hier seht. Die von YouTube, die bleiben halt auch noch auf dem Hauptkanal. Aber ich werde einfach nochmal separat hier hochladen. Einfach nur so zum, ne. Wer ist das? Ich komm grad nicht drauf. Wow. Einfach nochmal so, 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 so. Als Archiv, sagen wir mal, ne. Und aktuell bin ich auch gerade mit Hilfe von Vito dabei, alte streams von ARK und ich weiß nicht, ob da noch was anderes dabei war. Vielleicht war da noch was anderes dabei, aber hauptsächlich ARK. Gerade dabei, das so ein bisschen hochzuladen und so weiter. Da man halt nur maximal zwei Stunden machen kann, dann würde ich das so ein bisschen cutten. Da bin ich gerade dabei, das wie gesagt mit Hilfe von Vito zu cutten, zu rendern und so weiter. Ähm, und dann halt danach selber hochzuladen. Es hatte gerade was im Kopf gehabt, was ich wieder vergessen hab. Ähm, achja. Und sind natürlich auch schlechtere dabei, halt noch mit der 25.000er Leitung. Wir dann aber irgendwann, vermutlich in ein paar Wochen, werden dann auch die ersten Streams mit der 50.000er Leitung hochgeladen. Und ich hoffe mal, dass ich irgendwann mal so weit bin, dass ich so alle ein bis zwei, also dass ich halt nur ein bis zwei Wochen hinter dem Stream so näher hänge. Ja, da waren natürlich alle zwei Wochen. Boah, alle. Ja, ist ja auch egal. Äh, das ist zumindest der Plan. Also, wenn ihr gerne die Streams nochmal anschauen wollt und so weiter und so fort, dann ist sein Spinner TV der richtige Ort für euch. Und wenn ihr euch fragt, warum TV? Naja, Stream und ganz lange und deswegen habt ihr gedacht, TV, weil mir... Ich sei ein Spinner 2 oder weiß der Geier, aber fand ich jetzt nicht so pralle. Also, schaut gerne mal dort vorbei. Ich bin das Francesco. Mach's gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.